So, heute geht es nicht nur um eine Aktie, die in der Vergangenheit besser gelaufen ist als die berühmte Berkshire Hathaway mit Warren Buffett an der Spitze. Ich glaube im Übrigen auch, dass sich in den nächsten zehn Jahren diese Aktie besser entwickeln wird, ohne hier in irgendeiner Art und Weise dem Altmeister zu nahe treten zu wollen. Es geht darüber hinaus aber auch um eine bestimmte Art von Aktien, bei denen man derzeit Beteiligung zum Discount bekommt und bei denen gerade derjenige, der Lust hat, sich mit dieser Materie auch zu beschäftigen, einige schöne Perlen finden kann. Na, wenn das nichts ist, legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, bevor wir gleich auf die Beteiligungsgesellschaft zu sprechen kommen, deswegen ist das durchaus vergleichbar, die in den letzten 10, 15 Jahren besser gelaufen ist als die berühmte Berkshire Hathaway, möchte ich euch ganz kurz nochmal daran erinnern, dass ich in dieser Woche einen für mich sehr wichtigen Podcast bzw. eine Podcast-Folge hochgeladen habe. Das war bereits gestern der Fall und dort habe ich über Kupferaktien geredet. Und selbstverständlich, bei jedem Investment gibt es ein Für und ein Weder und das muss sich so entwickeln, dann entwickelt sich auch die Aktie gut. Aber ich habe hier bei Kupferaktien einen sehr, sehr klaren Standpunkt. Ich sage auch, wo ich investiert bin, was ich hier erwarte und wer damit etwas anfangen kann, der sollte sich diese Podcast-Folge, falls nicht schon geschehen, jetzt nochmal anhören oder auch erstmalig anhören. Egal auf welcher Plattform diese Podcast-Folge, die wirklich wichtig ist, die ist verfügbar. So, und wer schon ein bisschen länger hier im Kanal dabei ist, für den brauche ich den Trommelwirbel jetzt nicht ganz so laut zu machen, denn der weiß schon, um welches Unternehmen es sich handelt. Ich nehme es vorweg, ich bin hier investiert. Wir sind lange schon im Zukunftsdepot bei den Rendite-Spezialisten investiert. Ich werde hier auch weiterkaufen. Tada! Trommelwirbel Investor AB, in diesem Fall die B-Series. Das ist bei schwedischen Beteiligungsgesellschaften nicht nur Beteiligungsgesellschaften. Die haben oft diese AB-Aktien. Spielt keine große Rolle. In diesem Fall schauen wir auf die B-Aktien. Und wir sehen hier, wir nehmen jetzt einfach mal als Startzeitpunkt hier das Ende der Finanzkrise. Die Aktie hat sich etwas mehr als verzwölffacht bisher. Das war nicht nur eine Performance, mit der man die allermeisten Indizes in den Schatten gestellt hat, sondern unter anderem auch Berkshire, die wirklich gut gelaufen sind. Ich möchte hier überhaupt niemanden in irgendeiner Art und Weise jetzt empfehlen, seine Aktien zu tauschen. Darum geht es gar nicht, zumal ich ja auch investiert bin. Und ich kann das hier so sagen, weil ich habe es in der Vergangenheit immer mal wieder besprochen, und die Berkshire ist ja nun wahrlich nicht schlecht gelaufen. Wenn wir uns das im Tief anschauen, 45 Dollar, aktuell 410 Dollar, in etwa verneun Komma irgendwas facht. Ja, es fehlen 30 Dollar, dann hätte sie sich verzehnfacht. Auch sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen hat Berkshire auch eine sehr lange Historie. Also jeder, der hier investiert hat, der hat wenig verkehrt gemacht. Aber wie gesagt, bei Investor war es eben fast eine Verzwölffachung. Und das reicht noch nicht, denn im Gegensatz zu Berkshire bezahlt Investor auch noch eine Dividende jedes Jahr. Das heißt, die Aktie ist auch für Dividendenanleger geeignet. Es geht mir aber hier nicht darum, die Investor zu empfehlen. Ist das eine meiner Lieblingsaktien? Absolut. Es geht aber vielmehr um die Art dieser Aktie, um eben eine Beteiligungsgesellschaft. Und deswegen ist der Vergleich auch fair. Ich kann natürlich nicht jetzt mir die letzten zwei Jahre rausnehmen und sagen, ja, guck mal, Nvidia ist ja besser gelaufen. Hat natürlich auch ein gänzlich anderes Risikoprofil. Investor ist breiter diversifiziert als Berkshire. Berkshire ist insgesamt noch etwas defensiver. Das liegt daran, dass hier relativ viel Versicherung und Banken mit drin sind. Und damit meine ich nicht nur den börsennotierten Teil von Berkshire, sondern selbstverständlich auch Berkshire Insurance. Und die sind eben nicht an der Börse notiert. Also das Geschäftsmodell ist ganz hervorragend. Das ist auch nicht eins zu eins vergleichbar. Aber am Ende des Tages ist Investor eben auch kein High Risk. Das heißt also, es geht hier nicht um eine Venture Capital Gesellschaft, sondern um ein Unternehmen, welches relativ breit diversifiziert. Und so, jetzt kommen wir mal zu diesen Beteiligungsgesellschaften, die in sich ja bereits in aller Regel, ihr solltet euch natürlich anschauen, was da im Portfolio ist, bereits eine Diversifikation bedeuten. Und das ist meines Erachtens gerade für Privatanleger interessant, die sagen, ich möchte nicht zu viele Aktien im Depot haben. Ich möchte aber auch insbesondere nicht zu viele Branchen oder Sektoren im Depot haben. Und sehr, sehr viele Privatanleger sind tendenziell zu tech-lastig. Ich werde dieses Video, das ist für Mittwoch. Einige von euch sehe ich vielleicht am Freitag auf der Invest. Da werde ich in meinem Vortrag das perfekte Depot. So sieht es aus. Ja, bitteschön. Also, ich weiß natürlich, was man da oben dran schreibt. Das kann man ja nicht alles eins zu eins vergleichen. Schaue ich auf die letzten drei Jahre oder vier Jahre, dann wäre das perfekte Depot gewesen. All in Bitcoin. Das ist nicht jedermanns Sache. Also, mein Risikoprofil spielt natürlich dabei eine Rolle. Und das bieten nicht alle, aber viele Beteiligungsgesellschaften. Wenn ich mir diese Beteiligungsgesellschaften anschaue, und die sind gerade jetzt interessant, weil viele einen relativ hohen Abschlag zum Net Asset Value ausweisen. Das ist fast immer der Fall. Es sei denn, das ist irgendwie so ein Meme-Stock. Habt ihr bestimmt mitbekommen, wie Destiny Tech 100. Vorbörsliche Beteiligung. Die können alle damit reich werden. Das ist natürlich brutal, was hier oben drauf bezahlt wurde. Den Net Asset Value, den könnt ihr relativ leicht berechnen bei Unternehmen, die überwiegend börsennotierte Beteiligung haben. Und wenn wir uns das bei Investor AB anschauen, dann sieht man hier zum Beispiel rund 68 Prozent, genau, sind Listed Companies, 23 Prozent bei Treasure Industries und 10 Prozent Investments in EQ2. Ich möchte EQT, sagen wir es einfach mal so. Ich möchte es jetzt gar nicht zu kompliziert werden lassen, aber man hat natürlich über diese Beteiligungsgesellschaften hin und wieder auch die Möglichkeit, an privaten Companies sich zu beteiligen, die gar nicht die Notwendigkeit sehen, an die Börse zu gehen, weil sie keinen Kapitalbedarf haben. Also, man schaut sich dann, so gehe ich vor, wenn ich mir eine Beteiligungsgesellschaft ansehe, man schaut sich dann dran an, was ist hier eigentlich überhaupt im Portfolio. Ist das für mich interessant? Es gibt nämlich auch einige wenige, die sind absolut konzentriert auf eine Branche oder es gibt dann auch einige, die haben sich nur auf ein oder zwei Unternehmen konzentriert. Dann hat man natürlich keinen hohen Grad der Diversifikation mehr. Also, wenn wir uns hier anschauen, warum ist das Investor so gut gelaufen und sie gefallen mir ehrlicherweise auch deshalb gut, weil ich glaube, sie sind ziemlich gut für die Zukunft aufgestellt. ABB aus der Schweiz, wenn man sich die anschaut, sind einfach wahnsinnig gut gelaufen. Ist einer der Werte, bei dem ich sagen würde, ich bin in, ganz langsam, ich bin letztes Wochenende, durch wahnsinnig viele Werte durchgegangen, weil ich glaube, dass in dem Bereich der Ausbauenergieinfrastruktur unheimlich viel passieren muss in den nächsten Jahren. Jetzt wahrscheinlich mitbekommen, momentan sind all diese Data Center, die von der AI gebraucht werden, in etwa brauchen die drei Prozent des Strombedarfs in den USA. Geschätzt bis 2030 wird dieser Bedarf auf, wenn man die aktuellen Werte nimmt, fast 30 Prozent des Strombedarfs kommen dann von diesen Data Centern und Cloud-Anbietern und so weiter. Das ist mit der bestehenden Infrastruktur nicht zu schaffen. Das Gleiche gilt natürlich für Europa und von daher wird es da enorme Milliardeninvestitionen geben. Und deswegen ABB, eigentlich so ein klassischer Industriewert, ist auch in den letzten Monaten schon ganz gut gelaufen. Sieht meines Erachtens auch ein Dividendenwert, auch langfristig sehr gut aus. Ich bin hier nicht direkt investiert. Wie gesagt, ich habe ja die andere Company, also die haben sie mit drin. Dann haben sie die Atlas Copco mit drin, sind sehr gut gelaufen. Sind übrigens auch bei Handelsbanken mit drin. Daher ist die Geschichte Wallenberg aus Schweden schon ganz interessant. Wer Lust hat, sich damit mal zu beschäftigen? So und der dritte Wert, relativ groß bei denen im Portfolio, ist die AstraZeneca. Und auch die sind ganz gut gelaufen. Das heißt, das sind allerdings auch schon sehr langfristige Investitionen. So kann man vorgehen und dann kann man die meisten Gesellschaften weisen, das direkt per Share, also pro Aktie aus. Das ist nicht bei allen der Fall. Manchmal muss man auch schauen, was ist der Net Asset Value. Da wird in der Regel quartalsweise veröffentlicht von diesen Beteiligungsgesellschaften und muss es dann selber auf die Anzahl der Aktien runterrechnen. Wenn es eine gute Investor Relations Abteilung ist, dann schreiben die das dazu. Hier in diesem Fall zum Beispiel 299 Schweden Kronen per 31. März 2024 ist der Net Asset Value. Und die Aktie selber ist derzeit tiefer, ach so, hier haben wir es hier, handelt bei 267. Also ungefähr 10% unter dem Net Asset Value. Nochmal, dass die Aktien oft unterhalb des Net Asset Values notieren, das ist normal. Insbesondere deshalb, weil man natürlich hier darauf angewiesen ist, dass die Company selber die richtigen Entscheidungen trifft. Das ist auch ein bisschen was anderes bei einer hochaktiven Beteiligungsgesellschaft. Da braucht es das berühmte Händchen des Fondsmanagers oder Portfoliomanagers in dem Fall. Bei weniger Aktiven wie bei Investor AB ist der Abschlag in der Regel etwas geringer. Manchmal gibt es auch gar keinen Abschlag. Also wenn man mit Abschlag kaufen kann, dann würde ich natürlich das immer präferieren. Es gibt andere, bei denen ist der Abschlag deutlich höher. Das liegt auch, wenn wir uns zum Beispiel eine Exor anschauen, das liegt auch an den Aktien, die sehr viel volatiler sind. Eine Ferrari, Stellantis und so weiter. Also hier sind es auch sehr viel mehr Unternehmen im Portfolio von Exor, die ich jetzt beispielhaft nenne, weil das vielleicht auch noch eine Beteiligungsgesellschaft ist, die einige kennen. Und da muss man natürlich ein Gefühl dafür haben, gefällt mir überhaupt die Ausrichtung. Und die Ausrichtung ist halt, naja, also zwischen Ferrari und Juventus, Football Club, ja, beides italienisch, wenn man so will. Aber ansonsten ist da eben, ist da nicht so einheitlich, das zu erkennen. Deswegen ist hier der Abschlag deutlich höher. Es geht mir aber nicht um Einzelaktien, sondern darum, dass gerade diejenigen, und ich weiß, das sind einige von euch, die auch selber Lust haben, einfach mal im eigenen Research durchzugehen. Es gibt mehrere Seiten, auf denen man das machen kann. Ich zeige euch jetzt mal beispielhaft. Beispielhaft, diese hier heißt CompaniesMarketCap.com. Das ist die Seite, auf der ich mich jetzt gerade befinde. Und hier sind nach MarketCap, überraschenderweise, die Beteiligungsgesellschaften aufgelistet. Eine Berkshire, ganz vorne. In den Top Ten müsste aber auch die Investor AB sein. Ja, ist hier mit drin. Nicht alles sind, ja, Investment Companies sind ja nicht gleichzeitig Beteiligungsgesellschaften. Also bei einer BlackRock, die ist so gesehen auch eine Beteiligungsgesellschaft, weil sie via ihrer Tausender von ETFs auch investiert ist. Das ist ja aber kein aktives Management. Von daher, einige Companies sind hiermit aufgeführt, die ich aber nicht unbedingt als Beteiligungsgesellschaften betrachten würde. Eine Softbank, klar, die wird weit unter ihrem Net Asset Value notieren, weil sie ein sehr unglückliches Händchen hat. Also WeWork und so weiter. Es gab doch einige, fast alle Beteiligungen, muss man so hart sagen, von Softbank, waren von minderer Entscheidungsqualität. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Nicht, dass morgens Softbank kommt und sagt, wir wollen dich hier gerne sponsern, was hältst du davon? Also man kann ja auch mal einen schlechten Tag haben. So, das hier sind allesamt Beteiligungsgesellschaften und einige davon, 3i Group werdet ihr vielleicht kennen, sind ziemlich legendär, haben auch was mit Buffett zusammen gemacht, Kraft Heinz und so weiter. Jardine, ich weiß gar nicht, ob man sie so ausspricht, Jardine Matheson, habe ich mir lange angeguckt, weil es wenig Beteiligungsgesellschaften in Hongkong gibt, beziehungsweise wenig Börsennotierte. Habe ich mich aber am Ende gegen entschieden, ist auch schon ein paar Jahre her, ist glaube ich auch nicht besonders gut gelaufen, liegt auch daran, dass Hongkong nicht so gut gelaufen ist. Das ist meines Erachtens übrigens eine Chance, glaube, dass wir hier eine Gegenbewegung, eine mehr als deutliche Gegenbewegung sehen werden und so weiter. Also hier sind einige mit dabei und garantiert auch einige, von denen ihr noch nie gehört habt, die aber trotzdem interessant sein können. Und weil wir schon mal in Schweden sind, dachte ich, Lundberg-Vöretagen, wie geht man also vor? Man schaut sich an, was ist überhaupt drin in dem Unternehmen? Ich bin nicht investiert und ich plane auch nicht zu investieren. Ich muss jetzt auch nicht absolut übergewichtet sein in einer, ja, man sagt so ein bisschen, die schwedische Volkswirtschaft ist so ein bisschen der Kanarienvogel, weil es sehr viel variable Zinsen gibt und deswegen kann man ganz gut erkennen in diesem Markt, wie auf bestimmte Entwicklungen in der Wirtschaft, wie hier eine Volkswirtschaft reagiert. Ja, also ist interessant für mich und man kann ja auch über eine schwedische Beteiligungsgesellschaft international investiert sein, aber die sind eben sehr konzentriert auf den schwedischen Markt. Nichtsdestotrotz, wenn man sich das anschaut, Lundbergs oder Lund, wie auch immer man das auf Schwedisch ausspricht, Lundberg, wahrscheinlich ganz einfach. Auch hier, die weisen den Net Asset Value auf und dann kann man einfach mal drauf schauen. Okay, wenn man so ein Screening machen will, wahrscheinlich schaut man ja sich nicht alle 100 Werte an. Also Net Asset Value, was ist das zum Dezember 2023 gewesen? Okay, 545 schwedische Kronen in dem Fall. Dann schaut man mal drauf, wie sind die überhaupt momentan? Kriegt die zum Abschlag oder in etwa zum fairen Preis? Und man sieht aktuell fair, aber guckt euch mal das Unternehmen an. Das ist richtig gut gelaufen. Ja, also im T4 2009, wenn wir also den Ausgangspositionenpunkt nehmen, den wir auch bei Berkshire und bei Investor genommen haben, 53 und aktuell bei 555 schwedischen Kronen, die haben sich verzehnfacht, die sind genauso gut gelaufen wie Berkshire. Ich weiß nicht, ob sie eine Dividende zahlen, darum geht es mir auch nicht. Aber da sind einige und ich bin selber noch nicht komplett durch. Das ist natürlich etwas, was ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, aber was auch echt Spaß macht. Und von daher schaut es euch gerne mal an. Das ist nur ein Hinweis, ein Vorschlag von mir. In einigen Branchen ist es nachvollziehbar, dass es hier erhebliche Abschläge gibt. Man muss sich die Zeit nehmen, diese Unternehmen dann auch wirklich anzuschauen. Aber ich glaube, es lohnt sich. Es sind so ein, zwei, die von der Größenordnung sich nicht eignen, hier im Video besprochen zu werden. Das muss ich auch ganz offen sagen. Einfach deshalb, weil ich natürlich keine Lust habe, dass am Anschluss, ich sehe das Video und irgendeiner jubelt dann die Aktie hoch. Das passiert mit 30 oder 40 Milliarden Unternehmen nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Sie gehen relativ weit unten runter immer. Also sehr, sehr, waren wirklich einige Aktien dabei, die ich gar nicht kannte, beziehungsweise nicht als Beteiligungsgesellschaft wahrgenommen habe. Schaut es euch an, wenn ihr Lust habt. Ist wirklich eine ganz spannende Reise. Abschließend nochmal der Hinweis. Kupferaktien Podcast Folge habe ich gestern Morgen hochgeladen. Und die nächste folgt natürlich morgen. Da geht es um ein, ja, der Disclaimer ist sehr eindeutig. Denn da geht es um Hardcore-Crypto-Update, also um Altcoins. Ist nicht für jeden was, aber ich dachte, warum nicht auch mal im Podcast was machen, was da eher selten auftaucht. Also gerne abonnieren. Das war es für heute. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. Bis dann.